Ich habe seit heute einen neuen Clan eröffnet und zwar RESTO, also R-E-S-T-O. Das ist sowohl der Clan-Name als auch der Clan-Tag. Ich werde in die Beschreibung ein Google Docs oder etwas ähnliches, auf jeden Fall habe ich schon fertig, oder ein Google Formular-Link auf jeden Fall reinschreiben, wo man sich bewerben kann. Was aber wirklich wichtig ist, dass man CW-Erfahrung hat und dass man wirklich etwas dazu beitragen kann, dass man ein CW erfahren ist und nicht jetzt wirklich komplett Neuling ist, und dann wirklich, wenn ihr denkt, ihr seid noch nicht so weit oder so, sage ich jetzt mal so, dann wäre es besser, wenn man sich nicht bewirbt. Die Clan-Anforderungen wäre natürlich ganz gut, wenn man über 13 oder 14 wäre. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber dazu auch alles in dem Formular. Ihr müsst mir im Formular natürlich noch reinschreiben, wie ich euch erreichen kann, wie euer Ingame-Name ist. Das war es dann erstmal damit. Also einfach, wer sich bewerben will, bewirft sich halt. Und unten in der Beschreibung ist der Link dazu.